jo hallo hier bin ich wieder mit ein kleine retro runde zu atari und ja wir nehmen uns jetzt den red baron mal vor den spielautomaten noch immer wir sind so vor pong dieses space duel gucken ob es nur irgendwie alleine geht also mehr als eine tasse auch hier sind mehr zu tun gucken das kenne ich noch nicht zu punkt zeiten hatten wir nur punkt da gab es noch varianten eben halt mit jagen und squash variante und so aber jetzt ja jetzt gehen wir mal bei der spielewelt ja das haben wir bestenfalls da gab es mit meinem bruder immer zu was heißt dann pauli glaube ich da gab es dann einige spielhallen da bin ich da immer gut dahin da konnten wir solche sachen dann halt spielen so starten wir einfach mal da gab es schon bessere spiele das war relativ spät also lange zeit hat man eben halt nur pong und dann eben hat mehr auf der straße gespielt mit freunden so starten das spiel einfach mal gucken mal wie es so funktioniert okay das sieht ja schon mal ganz nett aus ne man hat nur ein spieler okay ja wir müssen wahrscheinlich geld anwerfen die falle nur den kopf drücken und dann geht's los ich weiß noch nicht wie man hier fliegt ah okay okay Ah, ich hab's noch nicht geglaubt. Und Zeppeli. Der ist verrischt. Oh nein, Karusman und Zeppeli. Hey, ein Überruhe. Das sind Zeppeli. Verliert. Was ist das? Verliert. Das ist verkehrt. Ich schieße hier wieder. Okay. Ja. Boah, das ist gut, das ist gut zu sagen. Ah, der kommt zu dicht. Habe ich. So, oh, da bin ich. Da schießt er da. Ich schieße die Basis, das ist so schwer. Das kommt hier wieder zu. Ja, woher denn? Waffen wir sie jetzt? Oh nein, ich stütze sie ab. Wo habe ich denn? Drei Leben insgesamt. Habe ich, habe ich. Oh. Zeven in der Zurückschieß. Oh, der Fallerwisch kollidiert. Scheiße. Oh, der wird zusammenschießen. Den, was ich habe. Ah, habe ich. Habe ich. Alles klar, fangeln, geiler. Oha. Die Schöße kommen nachher. Oh, da habe ich getroffen. Ah, das darf ich auch gar nicht haben. Oh. Das darf ich nicht mehr. Ah, ich schieße sie zurück. Das ist ja genauso. Das darf ich jetzt nicht mehr. Das darf ich nicht mehr. Das darf ich nicht mehr. Oh, nein. Da darf ich nicht mehr. Das darf ich nicht mehr. Ich muss auch nicht mehr. ein kleines Leben, ne? Da waren es die Fox-Bänder! Ups, okay. Obwohl, die hatten ja damals... Oh, abgestützt. Das war's. Ich meine, die hatten ja damals bei diesen Dingern eine Musikbox. Also, was muss ich hier... Wie stellt man das? Weiß ich nicht. Ah, 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 okay. Lässt sich nicht steuern. Ja. Der Freeplay haben wir noch. Nein, machen wir aber jetzt nicht. Okay. Ja, das war der Rote Baron, würde ich sagen. Ich denke, ich habe mich großartig geschlagen. Ja, halt Pro. Okay. Ja, das war's schon. Ja, mal gucken, was wir als nächstes spielen werden. Das sind alles kleine kurze Folgen. Ich muss mir nicht Gedanken machen über Werbeminuten oder sowas. Die gibt's bei uns nicht. Ähm, nicht mehr. So. Kein Feindschritt mit. Alles klar. Habt euch wohl. Bis zur nächsten Konsole. Ciao. Game Automaten. Spielautomaten. Wie hieß denn die Spielautomaten, ne? Ja. Ciao. Ich bin jetzt mal weg. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.